Das drängendste Problem, was ich in der Klimakrise sehe oder im Klimaschutz ist, dass wir alle mitnehmen müssen, dass das nachvollziehbar ist, dass auch wirklich jeder an einem Strang zieht. Als Europas größte Klimakonferenz für junge Menschen ist die ELKOI die Plattform für junge Menschen, die sich austauschen wollen mit den Entscheidungstragenden aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Diese Mischung, dass sich alle begegnen, dass sie auf Augenhöhe miteinander sprechen können, daraus entstehen neue Ideen, neue Projekte, neue Bekanntschaften und daraus kann sich langfristig etwas entwickeln, dass wir eben auch in Deutschland den Klimaschutz einen Schritt weiter drehen können. Es kostet nichts, die Verpflegung ist kostenlos, die Unterkunft ist kostenlos, wir können auch finanzielle Unterstützung für die Fahrtkosten anbieten. Das heißt, ich glaube, es ist einfach wichtig, traut euch, habt Spaß dran und freut euch auf ein super cooles Wochenende. Die ELKOI hat mein Leben persönlich verändert, hat mich dazu gebracht, eine Nachhaltigkeitsberatung auch zu gründen, also mich beruflich zu verändern und hat mir Freundschaften gegeben, die bis heute halten. Wenn ich mit ihm sage, dass wir beide